Herzlich Willkommen hier zur Weiterfolge auf der Marsch. Wir werden jetzt den Traktor mit dem Flugzeug fahren, das Feld wird erstellt, hoffentlich jedenfalls. Immer ganz kurz mal vorbeifahren. Das letzte mal in der Woche zurück. Lenkung geht nicht gut, geht schon aber nicht so leicht. Also das Feld wurde hier begradigt und verbreitet. Die Bäume habe ich gefräst, stumpfen auf, soweit wie es ging. Und sind eigentlich alle fertig. Und das Feld passt jetzt mal hier. Okay, dann kann ich nur hinterher nacharbeiten und auch krass aussehen. Ja, Helfer ist fertig. Sagen wir eigentlich nur einen. Den checken wir jetzt zurück zum Hof. Und den mit der Fräse. Und gleich mal auch zurück schicken. Und dann ist auch fast Schlafenzeit. Anführungszeichen. Aber noch nicht. Nicht um 8 Uhr. So. Auf. Und zurück. So. So. Dann fährst du ja nicht. Na ja, mal sehen. Wo ist der Andere, da steckt jemand, gepflanzt Gras, ja Gras ist für mich ganz wichtig, wir brauchen nächstes Jahr wieder Grasflächen, für Silageballen und für Heu, der will nicht. Gut, machen wir erstmal hier die Aussage weiter, auf Feld 4 wird noch gepflügt, Feld 5, war ich dann fertig? Ich glaube nicht. Blocking, Raumblocking, das auch Blocking. Sind gar nicht fertig oder irgendein Scheiß. Ja gut, das können wir morgen aussehen. Tragisch. Der neue Versuch, den Helfer zu starten. So, gut, er arbeitet. Schaut mal durch. Er arbeitet. Der auch. Gut, alles klar. Klappen wir ein. Schwere Unfall. Guck mal ausklappen. Dann gleich mal ein Hässchen nacharbeiten. Machen wir Licht an, ne? Dunkel. So, auf, B. Ok. Guck mal in der Säberstelle geklappt. Um die schnelle rauszubekommen, musst du im Prinzip den alten rausnehmen und neu rein schieben. Also, ups. Lass auf die Tür fahren. Können ein bisschen nach links fahren. Jetzt eigentlich fahren würde. Na gut, dann fangen wir mal in der L zurück, ne? Tja, das ist die erste Folge beim Legwarte. Montag. Schönen Wochenstart. Müssen wir überlegen, wie gerade das ist, anscheinend. Ja, Mikrofon ist da. Ton passt, denke ich mal. Hoffe ich jedenfalls. So, so ne Sache, ne? Felder zusammenlegen würde ich erstmal nicht. Nicht notwendig. Wenn man nicht große Felder haben möchte, muss ich mich mal nicht kaufen, ne? Dann muss ich noch Geld für verdienen. Auf Feld 5 und Feld 4 oder 6 und 4, da kommt ein früher Hopfen rein. Oder wenn ein Geomod funktioniert, dann, ne? Auf jeden Fall. Und dann, das sieht mir jetzt aus. Wo ich bald denke, ich werde mal sehen. Aber auch nicht ganz viel entschieden. Hat er ja gesagt. So. Will man da entsprechend da hinten weitermachen, ne? Ich hab gerade gegessen, das ist ein bisschen voll und rein. auch die augen zu viel gesehen wo man eigentlich nicht essen sollte von der menge her aber gut gleichen arbeiten machen hier da wächst immer noch Gras so jetzt habe ich auch gleich gemacht und Helfer rein gut was läuft immer schauen ich weiß nicht gerade und hier lassen wir den Helfer arbeiten oder sagen hat er irgendwas noch vergessen gehabt und Helfer BGH wollte ich gehen was denn hier jetzt überlegen BGH ist weit weg hier ist BGH hier ist fast fertig da brauchen wir noch ein bisschen ich wollte hier nochmal die Förderbänder in Gang bringen zumindest über Nacht den auch nochmal gleich mal vorbereiten ich würde sehr gerne im Winter verkaufen die Silo das ist mir ja zu aufwändig man kann es auch einfacher haben da werde ich zwei Robiken kaufen genau zwei die stelle ich nebeneinander hin und vorgucken wie der Kurs programmiert ist von OutDrive dass ich hier ungefähr mit wenigen Änderungen entsprechend da vorbeifahren kann also dass kein Kurs blockiert ist so passt das ungefähr wie kann man sehen dass ich dann auch spätestens morgen in game das Ding näher bekomme an den Kopf an den Kopf mit Problemen man sieht so das sind gerade Stellen und dann fahren wir es auch mal da hängt in der Luft da sieht irgendwie ein bisschen komisch aus im Förderband aber gut ich finde es aber ist an sich eine leichte Methode um das entsprechend in die BGH reinzubekommen klar kann man den Rad leider fahren lassen also wie gesagt so kann es nebenbei laufen ohne dass man da groß arbeiten muss ne und das werde ich jetzt mal so legen dass es irgendwie auf geht ne dass wir da ein bisschen falls das Einnahme ausfällt damit wir dann schnell umstellen können ne dann wird mir hier ausfallen und dann haben wir wenigstens ein zweites und das läuft ne dann wissen wir noch was Den wissen wir noch was Niki bleibt mir Naja der ist Niki Niki wie war Objekt Glaubst du gar nicht? Der nennt mich ein Objekt? Noch ein Das ist schon ein bisschen Objekt Okay, da gibt es viele Objekte hier Unser Gras ist auch fast aufgesät hier Flügen ist auch fast durch Morgen Hingeben Ich glaube wir sind mehr Ruhe Können wir ein bisschen einstürmen auf den Winter 20 Uhr Regal läuft auch Na geh mal Guck mal nirgendwo rücker So Gleich in Arbeiten machen, sehe ich gerade so Ja das ist wie eine Montagfolge Ich möchte mal allen Dank Die auch mal hinzugekommen sind Freut mich rüber Jeder mehr Abonnent ist ein Ansporn Für Für's weitermachen So, dann müsste jetzt nicht fertig sein Haben wir noch irgendwelche Aufgaben? Die Nacharbeiten können wir vergessen hier Ich muss den vorne wegfahren, da kann er den Rest nachmachen Dann ist der Feld Nummer 4 auch fertig Mit Flügen Das können wir dann im Frühjahr entsprechend dann bestellen Das habe ich jetzt nicht vor Hopfen So Diese Arbeit fertig Lassen Darf ich im Verband arbeiten Mit der anderen spreche ich natürlich wahr So, morgen alle Fahrzeuge zurückbringen Dann fliegen fast durch Die Aussaatgras ist auch fertig Dann kommt hier Hopfen rein Da auch Hopfen rein So 54 ist Raps Hoffentlich das klappt Und da ist auch Raps Müsste genügen Gerste, Gerste Da ist was anderes Da muss weiter dran sein Oder? Nee Gras Da wird Gras reingemacht Passt 9 ist auch Gras 27 sind unsere Fabriken Brauchen sie voll Gerste auf 3 18 und 17 haben wir Weizen Weizen 4 Weizen Da haben wir auch Weizen Das passt Dann wäre es soweit 4 ist dann fertig Dann können wir mal um die Tiere kümmern So Fertig Zeug zum Hof So So Wie gesagt Morgen geht das entsprechend zurück Gucken wir mal ganz kurz Gucken wir mal ganz kurz Gucken wir mal alles morgen Gut Das soll es jetzt für heute schon gewesen sein Ich sage mal schönen Dank fürs reinschauen Tschüss 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 Tschüss